Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Bosch MC812S814 Multitalent Kompakt Küchenmaschine. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese wertige Küchenmaschine für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu dieser praktischen Küchenmaschine unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Einen schmackhaften Kuchen selbst zu backen ist in meinen Augen immer eine Million mal schöner, als ihn einfach irgendwo beim Bäcker zu kaufen. Hier weiß man, was man isst, da man die Zutaten selbst aussuchen kann. Zum Kuchenbacken und noch für viele weitere Kochtechniken ist so eine hochwertige Küchenmaschine natürlich eine super starke Unterstützung. Und ich finde, hier sollte man sich als Hausmann oder Hausfrau auch mal ein qualitatives Gerät gönnen. Bei dieser Küchenmaschine hier hat mir vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut gefallen. Ich bin der Ansicht, dass du hier eine enorm hilfreiche Unterstützung für die Küche zu einem fairen Preis bekommst. Das Design gefällt mir ebenfalls sehr gut, aber machen wir uns nichts vor. Wenn es um die Auswahl der passenden Küchenmaschine geht, ist natürlich die Funktionalität deutlich wichtiger. Darauf habe ich eher geschaut und ich bin der Ansicht, dass bei dieser Küchenmaschine die Funktionalität auf jeden Fall überzeugen kann. Der Preis ist fair in meinen Augen, aber gar keine Frage. Das soll jeder Kochfreund für sich selbst beurteilen. Ich finde vor allem die Qualität und in Bezug besonders auf die Funktionalität macht bei dieser Küchenmaschine einen sehr guten Eindruck. Deswegen kann ich hier auch in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Amazon-Angebot zur Küchenmaschine werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao.